Hallo und willkommen bei Minecraft Project Varro mit Jonas, Veit, Raub. Hi, auf den Server. Ich hab hier noch ne Scheisschütze Cornflakes, die ich schon die ganze Zeit essen will. Aber ich komm nicht zu. Und dann meistens hab ich jetzt Herz und Fakt kriege. Ja, äh... Ist jetzt angreifbar? Warum bist du schon angreifbar? Weil ich ganz kurz früher gejumpelt bin. Okay, okay. Ich hab mich grad aggressiv gemacht. Gut. Wir gehen jetzt zum Spawn. Nein, noch nicht ganz. Bleib hier noch hinter. 30 Sekunden bleibt. In den Turm rein. Nicht, dass sie hinter uns auf einmal kommen, ne? In den Turm rein. Eine Minute, wow. Kommt. Einfach. Komm direkt zum Spawn. Nicht, dass sie dann direkt gekickt werden. Komm raus. Die sind da. Deiner Diakob. Deiner Diakob. Was? Was? Rennen weg, komm weg. Ja, lass die Kicken, Alter. Sowas machen wir nicht. Ja, wir haben schlechtes Equip und so. Ich sag dir doch, das ist ne Falle. 30 Sekunden, Jonas. Ja, ja, lauf einfach. Jetzt einfach nur noch lauf. Wir haben gute Entfernung. Wir haben gute Entfernung. Oder wollen wir zwei gegen eins? Nein, nein, das scheiß drauf. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will in dem Projekt noch ein bisschen leben. Du wolltest kämpfen und das Risiko eingehen. Die haben gesagt, dass die Low Equip haben. Ich kann gleich nicht mehr sprinten. Die werden gleich gekickt. Ich muss was essen. Ich auch. Lauf jetzt einfach. 10 Sekunden noch. 5. Vielleicht wird nur der eine gekickt. Ja, stimmt. Komm, bitte, 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 bitte. Ja. Es ist nur noch einer. Warte, lauf, lauf, lauf. Wir müssen... Es ist nur noch der eine. Waren wir gleich Goldafel? Welchen? Den goldenen Head? Ich esse normalen. Ich esse goldenen Head. Rauf, 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 rauf. Er macht drei Herzen Schaden. Ich habe... Er hat zwei Herzen. Ich habe... Fuß nicht oder so. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich bin gleich down. Ich kann nicht mehr sprinten. Den Puls. Ich bin jetzt schon mal rein. Nein, 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 nein. Nice, 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 nice. 35 Goldafel hatten die? 35 Goldafel? Ich habe FI-E-A-S-Beck. Ich habe FI-E-E-A-S-Beck. Schaft russ 3, alter GG an euch. Alter. verboten was ist verboten wir haben einfach nur taktisch gespielt wo das feieraspekt verboten ich glaube ist feieraspekte verboten schneiden warte war das jetzt nicht dieses war oder vortrag war ich glaube das ist jetzt so ich glaube du kriegst im clear aber du darfst auch nicht tauschen jonas du darfst auch die sachen nicht tauschen und sonst glaube ich könnte bei den ins kiel ich habe sonst können wir bei den ins kiel war das jetzt so ich guck regelwerk ich glaube online verbotene tränke ja war das jetzt das ja ich beichte ist die aber dass er direkt im krieg geben neuen haben einen regelverstoß ach man warum haben die das ich hab ich aber ich hoffe du kriegst und ins kiel was hast du denn alles 35 goldäpfel schaffen das 3 alles bitte dass du die goldäpfel und so rausgenommen das ganze essen habe ich nein ich darf nichts aufnehmen ach so nicht dass ich nun auch einen impfk da durch bekomme oh man das war es ich hoffe ich regelverstoße was wäre das dann äh balklisch unbekannt beleidigungen verstoß und ich hatte mich so gefreut dass ich feieraspekt bekommen habe aber ich habe überhaupt nicht gedacht dass das verboten ist und ich weiß auch jetzt nicht dass was das zählt es ist halt wir haben ein team da mal draus oder ein spieler da mal draus gehauen oh nein so mal das sehen wir dann noch mal im da wenn die da das und Vielen Dank. 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 Wo bist du denn? Nein, ein paar meine Items sind ja auch weg. Ja, das was du durch den Kampf bekommen hast. Ja, aber mir wurde auch was weggenommen, was ich nicht im Kampf bekommen habe. Was denn zum Beispiel? Ja. Ich weiß es ja gerade nicht, dass ich hier nach einer Aufnahme gucken. Ja, ich hatte. Ja. Ja, ich hatte Sachen, die er wahrscheinlich auch hatte. Ja. Ja. Ja, ich dachte gerade, er ist wieder gejoint. Okay. Und? Ja, ich habe ja noch gar nicht mehr sehen. Ja. Ja. Und? Genau. Ja, ich거력. Na ja, was ist das denn? Vielen Dank. 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 Lass ein Like da. Wenn es euch trotzdem gefallen hat. Nochmal, es tut uns leid. Aber jetzt an alle Leute, die das gucken, an alle Zuschauer. Es tut uns leid. Also ich sah es, als wir das realisiert haben, wirklich mit Tränen in den Augen. Ich habe leider keine Facecam, hätte ich es gesehen. Dann haut rein. Lass trotzdem ein Like da. Oder...